herzlich willkommen zu einem neuen video auf mein kanal mein name ist john und heute leute machen wir mal ein reaction video leute und zwar gucken wir uns wie die brawler damals aussah und wie die brawler heute aussieht wie der loading screen damals aussah und wieder heute aussieht wie auch immer leute wir gucken das heute uns alle an leute wenn ihr mehr so welche videos wollt mit facecam oder sowas lasst gerne leichter abonniert gerne diesen kanal leute das würde mich auf jeden fall sehr supporten leute und auf jeden fall leute ich würde mal sagen kommt gerne wie gesagt in unserem disco 3 abonniert den kanal leute wie hier sehen könnt habe ich fast die 400 abonnenten leute checkt gerne mein letztes abonniert wieder aus das zu krass geworden leute und ja leute ich will noch mal sagen wir beginnen einfach mal direkt mit dem video wenn es euch gefällt lassen leichter ich glaube ich werde die videos also die ersten videos die quellen halt so in der video beschreibung verlinken damit ihr euch die ersten videos ansehen könnt und ich würde mal sagen ich labere nicht so viel rum und ich wünsche euch einfach mal viel spaß mit dem video ok leute wir sind auf jeden fall beim ersten video angekommen auf jeden fall old vs new models all brawlers remodels also da werden uns die alten brawler angezeigt wie sie damals ausgesehen haben und wie die jetzt heute aussehen leute auf jeden fall ich würde mal sagen wir starten jetzt einfach mal direkt mit dem video und wir gucken uns das ganze auf jeden fall mal an leute ich bin auf jeden fall sehr gespannt ich habe mir das video glaube ich schon mal angeschaut aber das war es schon seit langem ich habe ein bisschen vergessen und ja ich würde mal sagen wir fangen direkt an mit dem ersten clip ok auf jeden fall jude bros das so leider auf jeden fall ok leute crow weiß ich noch und crow weiß ich noch auf jeden fall ah da weiße crow ja anders ok spike weiß ich auch noch ah sakura spike lol ok tara mortis leute wie sah mortis aus guck durch dieses gesicht danach du scheiße leute mortis hat damals so verdammt schlimm aus alter oh mein gott ok piper weiß ich noch da ich habe die damals gezogen wo sie noch so außer leute ich weiß noch ja frank hat sich nicht so viel geändert muss ich wirklich zugeben ach digga da in dieser zeit habe ich auch noch gespielt der weiß ich auch noch leute bei der meisten brawler wo sie sich wo sie anders aussahen habe ich schon gespielt lol riko ja das weiß ich auch noch alter lol was ein unterschied alter oh mein gott da hatte damals so eine große da hatte jetzt ohne krone und damals netter ok ich muss wirklich sagen pokus hat damals richtig richtig anders aus leute guck dich allein die gitarre an die da dieser damals brutal groß aus hier bis in mittel und hier brutal klein und leute guck mal wie groß Poco außer jeder sah so flammt groß aus die Poco sah vom gesicht auch richtig richtig anders aus leute muss ich wirklich zugeben oh mein gott alter ok der boxer weiß ich auch noch alter oha was als optiker bale ach du scheiße was oh mein gott ey leute was sind das für clips bo sah auch richtig krass aus leute bo sah richtig krass aus deine mike leute deine mike sah damals brutal anders aus alter block ja jetzt haben die ja diesen skin so zurück gebracht alles hä hä verstehe das nicht wie sah Jess sieht damals aus leute oh mein gott ich hab das komplett vergessen guck mal wie sie damals aus da leute so sah sie glaube ich 2019 aus und sah ne 2019 hat die glaube ich so ausgesehen aber digga 2017 sah die einfach so aus leute das sieht so verdammt komisch aus alter leute schreibt mal gerne in die kommentare vermisst ihr manche brawler posen also wie sie aussahen alter bull oh mein gott was oh mein gott was ok colt hat sich auch schon richtig geändert guck mal 2017 leute wieder aussah vom gesicht hat der sah aus wie eine quietsche ente alter ok ich muss sagen nita hat sich auch brutal geändert ah die hat sich wirklich auch brutal geändert alter oh mein gott was wie sah shelly damals aus leute ich weiß noch bei dieser zeit habe ich sogar auch noch mitgespielt aber daran kann ich mich jetzt nicht erinnern aber dass shelly so aus sah das an das kann ich mich noch erinnern leute alter leute shelly sah brutal komisch so aus alter jetzt sieht die gott sei dank so aus weil leute hätte sie die selbst 2021 noch so ausgesehen leute ich hätte geholt hatte die hätte so verdammt komisch ausgesehen leute ich würde mal sagen wir kommen jetzt mal zum nächsten clip und zwar wird es jetzt mit den loading screen sein schon mal sagen leute wir sind ok leute wir sind auf jeden fall auch beim nächsten wieder angekommen das ist wieder von dem gleichen youtube kanal leute auf jeden fall ich bin sehr gespannt wie mit den loading screens ich glaube ich kenne sogar die meisten leute deswegen ich würde mal sagen wir reagieren mal trotzdem jetzt drauf alter auf jeden fall das wieder von jude browns das heute auf jeden fall beta so das ist das schon damals gewesen da wo man noch bloß das andersrum gespielt hat kommt es braucht das 2017 2018 ich glaube das kennen die meisten bestimmt aber ich dachte jetzt kommt das mit shelly und chrome so weiter global leute das müsst ihr auf jeden fall kennt das müsst ihr auf jeden fall kennen ja das kenne ich auch noch da habe ich glaube ich angefangen brotas zu spielen als ähm das so aussah leute das jetzt ist classic bild genau da leute das war die beste zeit von browser seiter piraten brawley days alt haben hier fall da war brawley days leute da ist der virus 8 bit und so weiter rausgekommen leute das war auch eine geile zeit das muss wirklich zugeben kurz brot leute da ist braut sogar rausgekommen leute da ist braut rausgekommen das war auch meister das war wirklich auch mal ist getarras passar leute das kennen die meiste von euch das mit gail das kann ich glaube ich glaube sogar deswegen glaube ich noch an ein paar loading screens aber ich erinnere mich nicht so ganz das war auch richtig geil leute das mit scherz war ein richtig geiles loading screen alter ja colette war auch nice leute ja holiday auf jeden fall das ist das von jetzt auf jeden fall das ist das von jetzt leute auf jeden fall das hat sich jetzt nicht so viel geändert aber leute die meisten loading screens zum beispiel wie das mit search oder gail oder so die habe ich wirklich gemacht leute ich würde mal sagen leute wir können da kommt dann auch zum letzten clip leute und zwar auf jeden fall wie die brawler damals aussahen als man sie gezogen hat und ja leute auf jeden fall ich würde mal sagen wir sehen uns gleich so leute auf jeden fall wir sind jetzt beim letzten clip leute ich würde mal sagen wir können uns das auf jeden fall mal das geht acht minuten lange und ja leute schon mal sagen leute auf jeden fall damals war so einfach episch alter okay 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 auf jeden fall so sah damals nita aus als man sie gezogen hat wozu sieht die jetzt aus das ding ist leute das gab es damals damals keine animation alter das war so scheiße jetzt jetzt sieht das geil aus alter mega 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 heftig alter mega mega heftig jesse auf jeden fall auch richtig krass leute jesse ist auf jeden fall auch richtig krass so so auf jeden fall block oh ok leute ok lol alter leute mega mega krass deine mic ach du scheiße oh mein gott weil da kommt auch der deine mic jetzt leute auf jeden fall da kommt der jetzt auch der deine mic wir verleute damals war bo einfach episch jetzt ist er einfach meilenstein leute das ist auch mega mega heftig da sah da auch noch anders aus trophy road brawler ah ja da als dieses broters also das ein bisschen neuere broters raus gekommen ist dann wurde er glaube ich ähm äh meilenstein gemacht also äh trophien also ihr wisst schon ok da kommt 8bit bei 8bit äh den gab es ja damals noch nicht der ist ja dann auch neu raus gekommen äh zum beispiel ms gab es damals auch nicht leute el primo auf jeden fall leute el primo sah damals auch krass aus ja das weiß ich auch noch leute das weiß ich auch noch alter das weiß ich noch und jetzt sieht el primo halt so aus so auf jeden fall mega mega krass barley ach du scheiße leute das ist mega mega krass ey wirklich mega mega krass diese ganzen sachen wie sie sich geändert haben guckt mal poko an leute hey das ist einfach brutal da war er auch noch größer da war er auch noch größer da war er auch noch größer alter okay rosa die ist da ja auch neu raus gekommen deswegen äh da hat sich jetzt nicht viel geändert aber ja die hat ja jetzt diese neue animation in dem fall riko chat riko chat was hä lol ach so ist es der skin ne das ist der brawler der hieß damals einfach nur riko jetzt heißt er einfach nur riko damals hieß er riko chat alter what the heck digger daryl lol hol das sah auch noch anders aus und jetzt kommt das wo er jetzt aussieht wie er jetzt aussieht leute alter mega 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 krass ey leute das ist wirklich mega krass alter okay penny hat sich jetzt eigentlich nichts geändert wie war pennys ja auch äh seit dem alten brother star karl lol okay nice auf jeden fall okay jackie weiß ich auch noch ähm die ist genau an einen tag rausgekommen ich hab die äh von einer brawbox gezogen direkt von der ersten alter da gab es noch brawboxen und oh my god piper ja ich muss sagen ich mag die neue piper irgendwie mehr leute weil damals ähm sah die nicht so wirklich wie soll man sagen so keine ahnung gefährlich aus gefährlich hm also auf jeden fall jetzt kommt die piper jetzt auf jeden fall mit den augen ist es neu ach ne bitte keine werbung bitte keine werbung mehr ach verdammt so dann auf jeden fall es geht weiter ah Pam lol okay ja wir wissen ja wie die alte Pam noch aussah äh auf jeden fall hier sah sie auch noch gleich aus und so sieht die auf jeden fall jetzt aus mega mega krass viele sachen haben sich wirklich brutal verändert heute also auch die brawler okay jetzt kommt der frank von jetzt oh mein gott okay da ist kommt auf jeden fall die baby hier baby hat sich jetzt auch nicht so kurz geändert okay bi ja die ist jetzt nicht so seit langem draußen auf jeden fall okay da kommt auf jeden fall der nani so okay ich muss glaube ich dazu nichts sagen und das ding ist leute mordes war damals einfach episch leute mordes hat damals so verdammt schlimm aus das sage ich jetzt immer noch auf jeden fall das ist jetzt mordes möchte ich auf jeden fall hä was hat das denn ach so der hintergrund hat sich glaub ich geändert da hat mordes auch ein bisschen selber warte ich weiß jetzt nicht was sich genau mordes da geändert hat aber auf jeden fall trotzdem okay tara lol lol okay ja genie da hat sich auch geändert also von seiner animation halt hat er sich geändert so jetzt kommt der genie von jetzt alter mein gesicht ist voll rot wegen diesem hintergrund da max to the max auf jeden fall mega mega krass so mr peter auf jeden fall was geht's okay auf jeden fall sehr nice leute sehr nice auf jeden fall das haben sich wirklich viele sachen auch geändert also viele animation ich glaube es braucht hat jetzt eine ich glaube es braucht hat jetzt eine neue animation ja da hat eine neue auf jeden fall sehr krass auf jeden fall es hat sich wirklich geändert muss ich wirklich sagen spike alter das ding ist leute damals gab es kaum animation man hat einfach die brawler direkt zu bekommen so bieb das war es keine animation auf jeden fall sehr sehr schade dass spike keine schlimme hat aber auf jeden fall trotzdem macht er ja nichts okay hier ist auf jeden fall crow alter oh mein gott lokal das ist auch ein kleines ein kleines moment ja wo Opera auf jeden fall jetzt kommt hier der jetzige auf jeden fall jetzt müsste ja leon kommt jetzt Auf jeden Fall, Leon ist, glaube ich, bei Brawly Days rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche oder so Also, was für Brawly Days, ich meine, der ist so zwei, drei Monate oder so später rausgekommen Nach Brawly Days, glaube ich, ich erinnere mich gerade nicht so ganz genau, Leute Okay, Ember, Alter, oh mein Gott Gleich kommen auch die Chromatischen So, auf jeden Fall, Ember, Ember habe ich gestern gezogen, sehr nice Oder vorgestern, wenn ihr das Video sieht, Alter Allah, oh mein Gott, da ist auf jeden Fall eine Gayle Das Ding ist, Leute, ich finde es sehr geil, wenn man den zieht Guck mal, Leute, das sieht doch voll geil aus, so Das sieht voll groß aus, Leute Ich glaube, irgendwie, das ist der größte Brawler vom Game, keine Ahnung Auf jeden Fall sehr nice, Leute, auf jeden Fall Da kommt jetzt auch Colette, Lou gab es da ja noch nicht Deswegen Leute, auf jeden Fall, das haben sich sehr, sehr viele, viele Sachen auf jeden Fall im Dings geändert Auf jeden Fall in Brawl Stars Leute, schreibt mal gerne in die Kommentare Vermisst ihr irgendwelche Animationen oder Brawler, wie die damals aussahen? Leute, ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, Leute Auf jeden Fall, sonst würde ich sagen, das war es mit dem Video Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da Abonni nicht vergessen, Leute Und auf jeden Fall, Leute, wenn ihr mehr Bock, wie gesagt, auf Facecam-Videos habt Dann könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben Ansonsten, Leute Würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen Und ich würde mal sagen, Leute Ich beende jetzt auf jeden Fall hiermit auch den Like, äh, das Video Was für Like, Schümmel, Alter Ich würde mal sagen, ich beende hiermit auch das Video Und ja, Leute, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video Ciao, ciao 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 Ciao